Edward Leine Appape war ein britischer Schauspieler, Leben. Der gebürtige Brite gab im Jahre 1912 sein Debüt am Broadway in New York, wo er bis 1935 in rund 20 Produktionen mitwirkte. Er spielte Mitte der 1920er Jahre unter anderem in der Komödie The Last of M.S. Cheney, welche insgesamt 385 Vorstellungen hatte und zwei Verfilmungen nach sich zog. Nach einigen Filmauftritten in der Stummfilmzeit ging Leine Appape 1935 nach Hollywood, wo er fortan regelmäßig in Nebenrollen auftrat. Er wurde überwiegend als pflichtbewusster britischer Butler, Aristokrat oder Beamter besetzt, unter anderem in Der Hund von Bescaville, Die Nacht vor der Hochzeit und Schlagende Wetter. Insgesamt trat er bis 1942 in fast 60 Filmen auf. Bei Papes Tod im Jahre 1944 meldete die New York Times in ihrem Nachruf, dass er im Krieg gefallen sei, was sich jedoch als Falschmeldung herausstellte. Filmografie 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 Filmografie